Kampffront Süditalien Der britisch-nordamerikanische Landekopf von Etuno, von dem aus der Feind Rom erobern wollte, wurde von unseren Truppen weiter eingeengt. Der Feind ließ schweres Material zurück. Verwundete Gefangene werden verbunden. Am Rand des Landekopfes hat sich eine Luftschlacht entwickelt. Die wirre sich kreuzenden Kondensstreifen zeigen, dass der feindliche Bomberverband von unseren Jägern bereits zersprengt ist. Heeresflag Artillerie im Kampf. Die Bomben fallen. Kaltflütig bedienen die Kanoniere ihre Geschütze. Kaltflütig bedienen die Kanoniere 300m. Kaltflütig bedienen die Kanoniere ihre Geschütze. Kaltflütig bedienen die Kanoniere seines Laisen.